Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Berlin. Mein Name ist ja schon genannt worden. Mein Name ist Ben Tustek. Ich bin ganz normal Lehrer an einem Gymnasium, ich nenne das immer an einem mittelständischen Landgymnasium mit 1400 Schülerinnen und Schülern. Ich unterrichte dort katholische Religionslehre, Geschichte und Politik, Wirtschaft, habe in Münster und Oldenburg das studiert und bin seit 2006 pädagogischer Leiter des Grenzlandmuseums. Also wir machen alles das, was Sie in Berlin machen, im Kleinen und in der Provinz. Ich bin seit langen Jahren in der Lehrerweiterbildung tätig, auch an der Uni, habe einen Lehrauftrag in Kassel gehabt, gerade auch mit diesem Thema. Es gibt nämlich allgemein hin ein großes Problem. Wenn Sie Lehrerinnen und Lehrer ausbilden in Geschichte, dann ist es so, dass Sie eigentlich, wenn Sie sich nicht weiter fortbilden, nicht mehr so viel mitbekommen, was sich in den letzten 20 Jahren in der Geschichtsdidaktik getan hat. Das hat sich wesentlich verbessert. Es gibt überall kluge und gute Leute, aber Sie kommen immer an einem deutschen Gymnasium noch nach dem zweiten Staatsexamen bis zur Pensionierung ohne eine Fortbildung. Das ist möglich. Das ist nicht die Regel. Dann haben wir Lehrerinnen und Lehrer, die eigentlich, es wird ja immer gesagt, ein Bundeskanzler hat ja mal gesagt, das sind die faulen Säcke. Meine Erfahrung ist eine andere. Lehrerinnen und Lehrer haben in den letzten Jahren doch sehr viele Schulreformen durchmachen müssen. Ich möchte jetzt kein Klagelied anstimmen, aber Sie müssen viel umsetzen. Ich erkläre Ihnen das mal kurz an dem Fach Geschichte, bevor ich den Vortrag beginne. Deutsche Zeitgeschichte findet in der Regel im Sekundarstufen-1-Jahrgang in allen Bundesländern in Jahrgang 9 oder 10 statt. In der Regel zweistündig und dann haben Sie am Ende des Jahres genau 80 Stunden Geschichte. Davon fallen 15 Stunden aus. Lehrer krank, Schüler woanders hingegangen, Klassenfahrt. Dann haben Sie für das europäische Jahr der Zeitgeschichte, wie wir das im Moment nennen, genau 65 Stunden. Das ist nicht viel. Und in Niedersachsen ist es im Moment so, dass Sie in der Sekundarstufe 2, ich unterrichte im Moment einen EA-Kurs in der 12, keinmal DDR-Geschichte gehabt haben. Ein Thema war römische Republik, das andere spanischer Kolonialismus und im Moment Nationalsozialismus und vielleicht können Sie dann die letzten sechs Wochen noch im Erinnerungskultur-Modul vielleicht noch den 17. Juni und den 9. November als Datum machen. Das war's. Also können Sie sich denken, dass ein Gymnasiast eigentlich, wenn er zwölf Jahre zur Schule gegangen ist, maximal 20 Stunden DDR-Geschichte gehört hat. Das ist Alltag an deutschen Schulen und wir wollen das ja ändern und deswegen sind wir hier heute zusammen und ich freue mich sehr, dass ich auch einige bekannte Gesichter sehe und auch mit Ihnen heute auch ins Gespräch komme. Es ist nämlich ganz wichtig, die Verzahnung zwischen den Zeitzeugen, den Institutionen, den drei kooperierenden Institutionen, aber auch den regionalen Aufarbeitern, nämlich den Gedenkstätten und Museen, auch den Universitäten in der Fläche. Und ich will ein bisschen anfangen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Das muss man gerade gucken. Ja, das können Sie nämlich gar nicht sehen. Das habe ich mir gedacht. Wenn Studierende heutzutage sich mit Zeitzeugeninterviews beschäftigen, dann machen sie das eigentlich in der Regel fast gar nicht. An der Universität wird ja über Oral History gesprochen. Das ist ja was völlig anderes als das, was wir dann im Kontext mit Ihnen an der Schule machen. Also Oral History ist eine wissenschaftliche Methode, da gibt es sehr viele Leute, die sich damit auseinandersetzen. Das Interview wird aufgezeichnet und wird dann wissenschaftlich aufbereitet und erarbeitet. Und es ist so, dass alles transkribiert wird im Nachhinein. In Schulen findet das in der Regel fast gar nicht statt. Also da kommen Sie hin. Es wird 90 Minuten gesprochen. Das war's. Und mein Plädoyer wird heute hier sein, eine gesunde Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung zu machen. Von Seiten der Lehrer, der Schüler. Aber dass Sie auch wissen, in was für pädagogische Settings Sie hineinkommen. Und ich nenne das immer so aus der Sicht der Lehrer. Wie pflegen wir denn unsere Zeitzeugen? Also Sie kommen ja auch mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt. Die, wir haben das gerade von Ihnen gehört, ja meistens im Gymnasium sind. Aber wir haben kaum Zeitzeugen, die in Haupt- und Realschulen oder Oberschulen, also den ganzen Sekt 1 Bereich, das ist ein Desiderat. Da müssten wir vielleicht heute über den Tag noch etwas diskutieren. Und bei den Oral History Bereichen, schauen Sie sich das mal an. Ich habe das ein bisschen versucht auseinanderzunehmen, wo wir uns bewegen. Also Oral History ist eher die Universität und die Wissenschaft. Und wenn Sie die Zeitzeugeninterviews und Gespräche sehen, dann bildet Schule im Grunde genommen auch nur einen ganz kleinen Bereich ab. Wir sagen in der Gedenkstätte, Zeitzeugeninterviews oder Zeitzeugengespräche finden ja auch ganz so anders statt. Also die finden eigentlich ganz oft in den Zuhause statt. Da weiß die Wissenschaft gar nicht, was da so passiert. Zwischen Eltern und Kindern. Oder wir haben die ganzen Medien, den Film, uns, also das ist wissenschaftlich kaum aufgearbeitet. Was macht denn der Film oder das Fernsehen mit Zeitzeugeninterviews? Wie wird das aufbereitet? Wie wirkt das letztendlich beim Adressaten? Und wenn Sie sich den rechten unteren Bereich angucken, manchmal weiß man ja gar nicht als Zeugzeuge, wo geht man denn hin? Marie Röhrlich, Sie waren ja mal bei uns, da wusste er, er geht in ein Landgymnasium. Und dann haben wir uns spontan noch entschieden, das weiß ich noch, dass wir in eine Abendveranstaltung oder in eine Veranstaltung ins Museum gehen. Fast ohne Vorbereitung. Im Grunde genommen grundsätzlich sträflich. Aber wir wussten ja, worauf wir uns dort einlassen. Und die Frage ist, wie die außerschulischen Lernorte, also Museen, die Gedenkstätten, letztendlich Zeitzeugenarbeit integriert haben. Das ist ja sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Und die Frage ist auch, wie gehen verschiedene Institutionen auch in der Fläche? Wir haben ja nicht nur Berlin, es konzentriert sich sehr viel auf Berlin, aber in Thüringen gibt es beispielsweise vier Grenzlandmuseen. Es gibt die Andrea-Straße und den Jugendwerkhof in Torgau, immer weiter noch. Also es gibt sehr, sehr viel. Und es gibt einige Bereiche, da sind die pädagogischen Konzepte, ich sag das mal so ungeschützt, verbesserungswürdig. Also da guckt sich keine Institution an oder es gibt auch keine Hilfen oder wenig Hilfen von Universitäten, wie man das eben auch nochmal erarbeiten kann. Also ich stelle das gleich im Vortrag nochmal vor, Stichwort Best Practice. Da gibt es sehr, sehr wenig. Und worüber ich heute eigentlich sprechen möchte, ist der Bereich Schule, Zeitzeugen, Lehrer und Schüler. Also sie bewegen sich in einem großen Kontext. Meistens sind sie alleine, aber sie sind vielleicht an eine Gedenkstätte angedockt. Und also die ist so ihre zweite Heimat vielleicht, mehr oder weniger. Dann haben sie vielleicht schon mal ihr, sie erzählen das Ganze ja auch öfter. Also da können wir ja heute auch nochmal drüber sprechen, was das für sie auch bedeutet. Und dann haben sie manchmal wenig Publikum und manchmal viel Publikum. Also meistens, wir zählen ja immer, wie viel haben wir gemacht und wie viele Personen. Da möchte ich auch noch ein bisschen vorwarnen. Also Qualität geht aus meiner Sicht immer vor Quantität. Also sie können fünf Schülerinnen und Schüler eines Grundkurses in Geschichte gehabt haben und sie sagen, das war ein ganz tolles Zeitzeugengespräch. Und sie können 300 Schülerinnen und Schüler haben und haben kaum jemanden, der reicht. Also das ist auch eine Frage der Vorbereitung. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Und dann sehen sie die Schule. Heute Morgen haben sie das hier schon mitbekommen. Wir kamen hier heute Morgen rein. Da war noch Big Band Probe. So und nachher müssen wir wieder raus. Das ist Alltag an deutschen Schulen. Es passiert immer irgendwas und es ist ein großer Betrieb. Mein Gymnasium hat 1400 Schülerinnen und Schüler. Wir bekommen alle Termine im Jahr gar nicht unter. Da ist immer irgendjemand weg. Mal kommt jemand etc. Und sie kommen eigentlich als Zeitzeuge in einen Inner Circle. In ein System, das sich im Grunde genommen von Gesellschaft abgekoppelt hat. Und meistens zumindest. Also die Öffnung von Schule, die wir immer so in den 80er, 90er Jahren propagiert haben, ist eigentlich durch die Veränderung der Schulpolitik nochmal wieder viel kleiner geworden. Also man muss Kompetenzen erfüllen, man muss Arbeiten schreiben, man muss Abitur machen, man muss die KMK-Vorgaben letztendlich erfüllen. Das ist manchmal eine gewisse Schwierigkeit. Dann haben sie die Schüler. Die haben manchmal nicht so die Sprache, die sie haben. Sie haben letzte Woche das vielleicht mitbekommen, was alles als Jugendsprache so durchgeht. Also wir wissen, wer der Babbo ist. Ja, ist Jugendwort 2013. Bis letzte Woche habe ich gedacht, na, kenne ich das überhaupt? Ich musste mir das erstmal im Leistungskurs dann auch erklären, also ganz ehrlich, weil man doch ein bisschen weiter manchmal dann doch weg ist, als man eigentlich denkt. Also Sie müssen ja sehen, in der Regel sind Zeitzeugen ein bis anderthalb Generationen weiter. Und Schülerinnen und Schüler sind in der Regel, wenn sie sagen, Gymnasium, 1, 10. Klasse, 16 Jahre. Von Ihnen meistens die Enkel. Da ist auch die Frage, wie kommt man eigentlich sprachlich übereinander? Ja, also in der Uni sagt man ja manchmal, wir brauchen ein Semester für Terminologie und dann wissen wir, wie wir alle sprechen. Das ist bei Schülerinnen und Schülern und Zeitzeugen manchmal auch so. Wundern Sie sich da nicht, aber meistens, bei den meisten klappt das relativ gut. Ja, und dann haben Sie noch die Eltern. Also ich habe auch schon erlebt, Zeitzeugeninterview in der Schule. Und dann wird bei den Eltern nachgefragt, muss das denn sein? Da fallen ja zwei Stunden Mathe aus. Man wundert sich, das ist wirklich so. Und bei uns ist das manchmal so, meine Gedenkstätte hat sehr gut an das Gymnasium angedockt. Da heißt es manchmal, bitte nicht schon wieder DDR-Geschichte. Und solche Problematiken gibt es auch. Also hier auch ein bisschen die Werbung. Gehen Sie an Schulen, die Lust haben, mit Ihnen zu arbeiten. Also das darf für Sie kein Zwang werden. Das ist ja manchmal so. Mein Schulleiter hat gesagt, ich muss jetzt noch drei Veranstaltungen machen. Das gibt es auch. Wir brauchen noch zwei Presseartikel. Und dann werden Sie dort verheizt. Das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Ja, und dann haben Sie noch die vielen Medien. Darüber unterhalten wir uns vielleicht ein andermal. Sie geraten ja auch in neue Medien hinein. Also in iPads, auf die Seiten. Sie werden angesprochen. Wir haben schon auch wenig letztendlich auseinandergenommen, was das auch für Wirkung haben. Letztendlich hat. Also wir wissen aus der nationalsozialistischen Forschung, dass Zeitzeugeninterviews, die aufgezeichnet sind, natürlich nie den Effekt haben, als wenn es eine Face-to-Face-Begegnung ist. Und es gibt auch Forschungen, die gesagt werden, eine Generation weiter ist es noch authentischer, wenn es der Sohn oder die Tochter erzählt, als derjenige, der aufgezeichnet worden ist. Jetzt kommt eine Folie. Erschrecken Sie nicht. Ich will nicht viel erklären. Ich will Ihnen nur zeigen, in was für ein didaktisches Fahrwasser Sie geraten, wenn Sie als Zeitzeuge in die Schule kommen. Ich habe mit dem Kollegen, gerade der hier Referendariat macht, wir waren gerade im Lehrerzimmer, es war eine so super Situation. Wir haben ein Kabel gesucht und da war der erste Satz, Entschuldigung, ich kann heute nicht, ich habe heute zweite Staatsexamensprüfung. Und damit war in der Schule jede weitere Kommunikation natürlich zu Ende, weil man ganz genau wusste, die Frau hat genau diese Worte im Kopf heute für den Tag, wenn sie in Geschichte Staatsexamen hat. Also eine ganz andere Terminologie. Wenn man mit Lehrern spricht, dann fragt man sich, was soll ein Zeitzeugeninterview eigentlich letztendlich bewirken? Bei Schülern Geschichtsbewusstsein. Also sie sollen sich auf eine andere Art und Weise über Geschichte bewusst werden. Sich mit der ganzen Sache auseinandersetzen. Und Lehrerinnen und Lehrer sind oder haben die verdammte Pflicht, das auch zu initiieren. Als ich 1981 in der sechsten Klasse war, ich ging auf ein evangelisches Gymnasium und war katholisch. Und da kam eine Frau aus Irland, aus Belfast, und hat ihre Geschichte zwischen Katholiken und Protestanten erzählt, bei der IAA. Das hat mich ganz nachhaltig, wirklich nachhaltig beeinflusst, weil ich als kleiner Sechsklässler nicht verstehen konnte, wie Katholiken und Protestanten sich eigentlich im Grunde genommen so bekriegen können. Wusste ich nicht, weil mein Gymnasium hat mich immer in Ruhe gelassen. Und ich habe ganz normal katholischen Religionsunterricht bekommen. Ob mir das dann gut bekommen ist, weiß ich manchmal gar nicht. Du wolltest jetzt durch, ne? Hast du deine Hausaufgaben fertig? Super. Eine zweite Sache, schauen Sie sich an, was Schülerinnen und Schüler und Lehrer auch noch wissen müssen. Der weitere Bereich ist der Multiperspektivität. Also, nehmen Sie ruhig auch selbst eine andere Haltung manchmal ein. Erzählen Sie vielleicht auch nochmal was anderes als nur Ihre Geschichte. Versuchen Sie, Ihre Geschichte auch einzuordnen. Manchmal ist das ganz schwer. Und Schülerinnen und Schüler sind darauf auch ein wenig geeicht, zu gucken, ist das denn richtig, was Sie gesagt haben? Also, die Sekt 1 nicht so, aber in der Sekt 2 schon. Und wir haben gerade auch schon mitbekommen, dass der Bereich der Emotionalität ein wichtiger ist. Sie stehen als Zeitzeuge für Ihre Geschichte und auch für Ihre Emotionen und auch für Ihre Haltung. Also, Sie müssen im Grunde genommen nicht deutsche Geschichte erklären. Das ist ganz wichtig. Also, wir kennen Zeitzeugen in der Gedenkstätte, die erzählen dann immer noch alle Geschichten, die sie auch noch aufgeschnappt haben. Nein, nicht machen. Sondern erzählen Sie Ihre ureigenste Geschichte. Also, Stichwort Narrativität. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Wenn Sie in die Schule gehen, dann wissen Sie auch, können Sie so viel durchlassen, wie Sie wollen. Nämlich durch Fragen abgedeckte Bereiche sind nur ganz klein. Und was da jetzt steht in den kleinen Feldern, heißt Raum der Erinnerungen und Erfahrungen eines Individuums. Also, Zeitzeugen, Interviews, Sie müssen auch nicht alles erklären. Und Sie müssen auch nicht Schülerinnen und Schülern die ganze Geschichte erklären. Und Sie brauchen auch nur das rauslassen, was Sie wollen. Vertrauen Sie da ein bisschen auf die Schüler, auf die Schule, auf den ganzen Bildungsgang, der neun oder zehn Jahre dauert. Also, Sie sind ein Teil, ein Puzzle im großen Ganzen. Das soll das nicht mindern, aber das soll Ihnen auch ein bisschen die Last nehmen, dass Sie vielleicht die ganzen Problematiken der deutschen Geschichte oder die Problematiken in einem Geschichtsunterricht ausbügeln müssen. Das müssen Sie gar nicht. Wenn wir uns mit dem Zeitzeugenbegriff und der Zeitgeschichte beschäftigen, gibt es so vier, fünf Punkte, von der gehe ich auch nicht ganz ab. Also, ich verstehe Zeitzeugengespräche mehrdimensional. Also, es gibt ein mehrdimensionales Verständnis von Zeitzeugenschaft. Da gehe ich gleich noch ein bisschen weiter von ein. Es gibt nicht den Zeitzeugen, es gibt nicht den exemplarischen Zeitzeugen, der für alles steht. Das muss er auch gar nicht. Das wäre auch eine Überforderung. DDR-Geschichte versteht man allgemein hin als Beziehungsgeschichte. Multiperspektivisch. Also, es ist nicht isoliert. Vor und nach 1945. Vor und nach 1989. West-Osteuropäisch. Wir bekommen das an der innerdeutschen Grenze immer noch sehr sinnfällig mit. Die Leute in Teistung sagen, die da drüben in Duderstadt und die Duderstädter sagen, die da drüben in Teistung. Obwohl es alles Eichsfeld ist und sie sind alle mittelschwer katholisch. Also, das ist schon eine spannende Sache. Da sollten wir uns auch immer noch mal fragen, wo stehen wir eigentlich? Also, das ist, glaube ich, auch immer noch eine Sache in der Nachbereitung. Was ist mein eigenes Verständnis? Und dann haben Sie das bestimmt schon öfter gehört. Es gibt die implizite und explizite Zeitzeugenschaft. Einerseits eben erfahrungs- und erlebnisbasiert zu einem bestimmten Thema. Das andere dann der öffentliche Bereich und die Zeitzeugenrolle. Das geht ja manchmal auch ein bisschen durcheinander. Ich möchte ein bisschen weitermachen und versuchen, wer eigentlich Zeitzeuge ist. Sie haben sich ja irgendwann mal entschieden, Zeitzeuge zu werden. Oder Sie haben gedacht, ich bin Zeitzeuge. Vielleicht haben Sie das gar nicht selbst gewusst. Sondern irgendwann mal hat jemand zu Ihnen gesagt, deine Geschichte, schreib die doch mal auf. Oder erzähl die doch einfach mal. Und manchmal ist es so, wir haben im Museum Zeitzeugen, die möchten nie sprechen. Ich kenne jemanden, der hat seine Geschichte einmal erzählt und hat gesagt, Herr Turstek, einmal und nie wieder. Wir haben es aufgezeichnet. Wir dürfen es in der Ausstellung zeigen. Ich versuche auch, diese Materialien im Bildungsgang, in der Schule und im Museum, in der Pädagogik dann zu verwenden. Das darf ich auch. Aber da muss man auch ein wenig gucken, was kann ein Zeitzeuge eigentlich auch letztendlich leisten. Die Akteure der Bildungspraxis, also alle, die wir hier vorne sitzen, müssen uns auch immer fragen, wie wollen wir auswählen? Wie wollen wir Rahmen? Also manchmal ist es auch so, fragen Sie vielleicht auch nach, in was für einem Kontext bin ich denn überhaupt unterwegs? Wie gerate ich denn wo rein? Also es ist was anderes, wenn Sie in einer gut vorbereiteten Gymnasialklasse, die das schon mehrere Wochen gemacht haben, reinkommen, als wenn Sie jetzt wirklich in einen chaotischen Haufen kommen. Ich mache das mal so ganz, man denkt ja dann immer auch, das kenne ich ja als Lehrer auch, Sie kommen in eine Klasse und Sie versuchen das ja immer auf sich zu beziehen und sagen, naja, was ist denn hier heute los? Also ich will Ihnen auch ein bisschen so nicht die Angst nehmen, aber meistens liegt es nicht an einem selbst, sondern an äußeren Rahmen. Zu den Themenfeldern. Es gibt ganz viele Themenfelder, mit denen man sich beschäftigen kann und es gibt Themenfelder zur DDR-Geschichte oder zur Zeitgeschichte, die fast kaum bearbeitet sind. Wir kennen viele Zeitzeugen, die im Bereich der Repressionen, Tätig sind, Überwachung, Verfolgung, Hafterfahrung und die Jugendwerkhöfe, Opposition, Widerstand, friedliche Revolution. Da können viele Zeitzeugen etwas zu sagen, auch zum Mauerbau, zur deutschen Teilung und zu Fluchten. Und dann geht es ein bisschen weiter runter und es wird immer weniger. Zu Jugendkulturen, jugendlicher Eigensinn, das geht eigentlich auch noch. Aber bei Erziehung, Schule und Jugendorganisationen wird es schon schwieriger. Also in meiner Institution gibt es die große Frage, darf der Grenzkommandeur der Grenztruppen der DDR Zeitzeuge sein? Ich sage, ja, gerahmt. Ich muss das Mikrofon in der Hand halten, sage ich Ihnen ganz oft. Dann ist die Frage, wer darf eigentlich im Grunde genommen auftreten? Wer kann das überhaupt? Manchmal wollen manche auch gar nicht. Also wir, die ehemaligen Grenzer bei uns, sind wir ein ganz großes Thema. Dürfen die Zeitzeugen sein? Dürfen die ihre Sicht der Dinge darstellen? Ich sage, immer in einer Rahmung, immer in einem Fragekontext, immer in einer historischen Einordnung, in einer zeitlichen Einordnung. Das ist ganz spannend. In der Provinz wird es immer noch mal, glaube ich, anders gesehen als in Berlin selbst. Da können wir ja heute auch noch mal drüber diskutieren. Man ist da, glaube ich, weil es kleinteiliger ist, man kennt die Leute, sie wohnen vis-a-vis. Das ist noch mal eine ganz andere Sache. Vielleicht können wir nachher auch noch mal Hohenschönhausen, da gibt es ja auch die Leute, die draußen wohnen, die da tätig waren. Da können wir ja gleich noch mal drüber diskutieren. Ja, und dann gibt es Themen, ich will das ganz kurz noch machen. Kultur- und Altersaspekte finden als Zeitzeugen weniger statt. Auch Arbeit und Wirtschaft, gerade der ganze Wirtschaftsbereich, ist sehr unterbelichtet. Also Planwirtschaft, Leute, die im Finanzministerium gesessen haben, darüber irgendwas sagen können oder in den Wirtschaftsbetrieben. Ich habe jetzt neulich einen Vortrag gehalten über die DDR-Wirtschaft am Ende, Fragezeichen, und da hat mir jemand gesagt, Herr Tostek, die Bundesrepublik Deutschland, die ist doch genauso verschuldet wie die DDR. Ja, warum geht die Bundesrepublik denn auch nicht unter? Gut, ich wollte keinen volkswirtschaftlichen Exkurs machen, aber da war es, glaube ich, wichtig, da sagte dann ein VB-Leiter aus Leinefelde, die Spinne, vielleicht kennen Sie die, der war da tätig, der hat das dann noch mal erklärt, warum das dann letztendlich dazu letztendlich geführt haben. Also da sehen Sie auch, das Auditorium im Endeffekt hat auch wenig Wissen über Sachverhalte und da können natürlich Zeitzeugen gerade so im Wirtschaftskontext auch noch ein bisschen was sagen. Zwei Themen noch, deutsch-deutscher Einigungsprozess, also alles das, was danach kommt, auch wenig bearbeitet von Seiten der Zeitzeugen und die osteuropäischen Kontexte und Transformationsprozesse wird auch wenig gesagt. Ach, der Fraundorfer, also wenn Sie sagen, Sie sind Rumäne, dann wird wenig Zeitzeugenarbeit eigentlich mit den polnischen Kolleginnen und Kollegen gemacht, mit den tschechischen, mit den rumänischen. Also da gibt es auch viel Bedarf noch eigentlich im Grunde genommen. Also ich glaube, wenn ich in Rente gehe, dann haben wir das vielleicht ein bisschen aufgearbeitet. Das dauert noch 23 Jahre. In was für ein Format kommen Sie rein? In was für ein didaktisches Arrangement, so nennt man das? Das ist sehr verschiedenartig. Also wenn Sie einen Referendar und eine Referendarin haben, ist es wesentlich elaborierter, als wenn Sie jemanden haben, der 20 Jahre im Schuldienst ist. Als wir in Erfurt waren, haben wir sogar mitbekommen, dass ein Lehrer einfach rausgegangen ist und gesagt hat, schön, jetzt habe ich zwei Stunden frei, jetzt gehe ich einen Kaffee trinken. Wenn wir uns in so einem Kontext bewegen, sage ich Ihnen offen, können wir als Lehrer einpacken. Das ist, also dahinter wollen wir nicht zurück. Fragen Sie nach, was Sie machen sollen. Machen Sie ein Referat oder eine Diskussion oder einen Vortrag. Ich weiß nicht, hat von Ihnen schon mal jemand eine Städte-Exkursion gemacht mit Zeitzeugenelementen? Hat das jemand von Ihnen schon mal gemacht? Ja, zwei haben sich gemeldet. Sagen Sie mal, wo Sie das gemacht haben. Ja. Ja, im Mauerpark. Also sowas an den authentischen Lernort hin und gucken, da kann man noch relativ viel machen. Es gibt Rallye-Formate und Ortserkundungen. Also Rallye-Formate, Schüler erlaufen sich einen Bereich und dann sitzen sie an einem Ort und erklären etwas. Manchmal nicht lange, aber in kleinen Gruppen. Also ich werbe immer für kleine Gruppen, nicht für große. Weil in kleinen Gruppen kann sich mehr Kommunikation entwickeln als jetzt in einem Kontext von 80, 90, 100 Leuten. Was sind Sie dann als Zeitzeuge? Sind Sie ein Einstieg in eine Unterrichtsreihe? Sind Sie ein Vertiefungs- oder Transfer-Element? Werden Sie dazu hergezehrt, um das Ganze noch mal zu beurteilen? Also Sie gehen ja meistens hin und erzählen Ihre Geschichte, aber Sie wissen in der Regel gar nicht, zu was Sie verwendet werden. Ich sage das mal so ganz ungeschützt. In der Regel gehen Sie in eine Unterrichtsstunde. Zwei Stunden, 90 Minuten. Oder ich habe jetzt neulich mal einen Vortrag gehalten, sollte ich vor einem EA-Kurs halten? Und da sagte dann der Schulleiter, Herr Tustik, das ist ja schön, dass Sie da sind. Wir haben die Aula gebucht, 500 Leute. Da habe ich mich im ersten Moment doch erschrocken. Also nicht, dass ich das nicht kann, aber ich hatte mich anders vorbereitet und ich hatte im Kopf ein anderes pädagogisches Setting. Ich musste zweimal durchatmen und habe gedacht, ich schaffe es, aber danach war mir doch schon ein bisschen Angst und Bange. Das muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen. Zu was stehen Sie noch zur Verfügung? In Facharbeiten? Manchmal ist das die Face-to-Face-Sache. Sie kommen mit einem jungen Menschen in Kontakt und er schreibt eine Facharbeit über Sie. Werbe ich für? Machen Sie das. Vielleicht wird das eingereicht zum Wettbewerb des Bundespräsidenten, gewinnt den Preis. Gibt viele Möglichkeiten. In Thüringen gibt es einen Preis der Andrea-Straße. Also schauen Sie da, auch in Wettbewerben. Bei mündlichen und schriftlichen Quellen ist es auch wichtig, wie werden sie aufbereitet? Wird das einfach nur versendet, sage ich mal? Wird das nochmal aufgeschrieben? Etc. Und gucken Sie vielleicht noch in den Bereich der Projektarbeit. Also macht eine Schule eine Projektwoche? Da ist es dann ganz wichtig. Ich gehe nochmal kurz weiter, was Sie eigentlich können und wie viel Sie eigentlich Schulen bringen. Und Schülerinnen und Schülern und auch Lehrerinnen und Lehrern. Sie haben eine Verlebendigungsfunktion. Sie kommen in die Schule und bieten Abwechslung. Egal welche Geschichte Sie haben. Sie kommen aus dem Leben in die Schule. In der Regel motivieren Sie, Sie aktivieren nochmal Schülerinnen und Schüler und es gibt auch mehr Aufmerksamkeit. Ich denke, das haben Sie immer auch mitbekommen. Auch Ihr Erzählen, Ihre Authentizität. Ich weiß von Schülerinnen und Schülern, die zwei, drei Jahre nach dem Abitur mitten im Studium nochmal kommen und sagen, Herr Tristek, das Zeitzeugeninterview, das ist mir in nachhaltiger Erinnerung. Das fand ich wirklich gut. Da habe ich wirklich was gelernt. Ich habe von Maria Nocke gerade schon ein Zeichen bekommen. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Aber ich habe ganz, wie Maria, ich habe ganz viele Folien rausgenommen. Und deswegen komme ich bis zum Ende letztendlich hin. In fünf Minuten. Wir schaffen es in sieben Minuten. Okay. Ich gehe nochmal kurz weiter. Die Kompetenzbezüge lasse ich Ihnen mal raus. Ein paar Problemkreise. Normale Altbundesbürger, wir haben gesehen, es gibt ja ganz viele Leute, die auch 53, 61 in die Bundesrepublik geflüchtet sind, dort tätig waren. Normale Altbundesbürger sind eigentlich kaum als Zeitzeugen zur DDR-Geschichte gefragt. Auch Westdeutsche mit SBZ und DDR-Bezug wenig. Ältere Zeitzeugen, gerade die Geschichte 53, 61, ist manchmal unterbelichtet, wird kaum nachgefragt. Gulag-Situation, russische Gefangenschaft, 55 erst rausgekommen, ganz wenig nachgefragt. Auch, ich werbe ein wenig, Herr Fraundorfer, das müssen wir im Nachkontext nochmal, Frau Nocke, besprechen. Dieses koordinierende Zeitzeugenbüro bräuchte eigentlich Regionalbezüge, Regionalbüros, letztendlich, dass man nochmal ein bisschen genauer gucken kann. Also Zeitzeugen aus der Region, die ihnen sozusagen zugeführt werden, aber wo sich eigentlich auch nochmal andere Leute vor Ort, vielleicht auch im Ehrenamt, um Zeitzeugen kümmern. Und die Zeitzeugeneltern und Großeltern sind eigentlich auch im Grunde genommen kaum gefragt. Noch ein paar Problemkreise. Probleme gibt es bei der direkten Konfrontation unterschiedlicher Zeitzeugenperspektiven. Das ist eine Schwierigkeit, das ist zwischen Zeitzeugen der Fall, aber auch bei Lehrern als in Bezug letztendlich zu den Jugendlichen. Dann will ich ein wenig dafür werben, die Vorbereitung, Durchführung und die Auswertung viel stärker in den Blick zu nehmen, auch als Zeitzeuge. Fragen Sie nach, wie ist das vorbereitet? Was ist, wie wird das durchgeführt? Wie wird das ausgewertet? Sie gehen ja in der Regel nur einmal. Warum macht man es nicht? Sie kommen zwei-, dreimal in einer Unterrichtsreihe. Machen was mit. Gestalten etwas mit. Also es muss bewusste pädagogische, didaktische und methodische Entscheidungen geben von Seiten des Lehrers, eigentlich in Absprache mit Ihnen selbst. Es muss eine offene Kommunikationssituation sein und das ist noch etwas anderes als eine öffentliche Kommunikationssituation. In was begeben Sie sich? Also das Setting abends in einer Gedenkstätte ist etwas anderes als morgens in der Schule. Das muss man sich, glaube ich, auch immer klar sein. Die meisten von Ihnen können das, aber man darf letztendlich, sollte das vorher wissen. Auch die engen Zeitfenster sind eigentlich tödlich für ein Zeitzeugengespräch. 90 Minuten, dann ist Schluss, Pause, fünf Minuten, Mathe, dritte, vierte. Das ist schwierig. Ich gehe noch einmal ganz kurz auf die Planung ein. Das sind die drei letzten Folien. Man kann es nicht so gut sehen, aber fordern Sie ein, die Planung, die Durchführung und die Evaluation. Fordern Sie ein, was haben denn die Schülerinnen und Schüler zu meinem Zeitzeugengespräch gesagt? Der Lehrer soll das mal aufschreiben oder die Schülerinnen und Schüler. Was gibt es dort letztendlich an Feedback? Und die Frage ist auch die Vorbereitung und die Durchführung der Art der Interviews. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Meistens referieren Sie ja. Warum sollten nicht Schülerinnen und Schüler vorher sich mit Ihnen auseinandergesetzt haben und fragen Sie nur, wie in einem Interview, in einer Interviewsituation. Das ist ganz selten. Also ich habe mich gewundert, wie wenig eigentlich die Interaktion gefordert ist. Also Sie kommen hin, sprechen 90 Minuten und dann kommen noch fünf Fragen. Warum fragen Schüler Sie nicht? Also wir haben ein Heft in der Gedenkstätte geschrieben und haben uns genau das gefragt. Jeder Schüler soll fragen. Und wenn er keine Fragen hat, vielleicht hat er sie danach und kommt noch zu Ihnen hin. Aber nichts ist schlimmer als eben diese Talkshow-Situation. Zwei Folien noch. Herr Fraundorfer hat ja auch noch einstiegshalber etwas gesagt. Den Mut zur Vereinfachung. Machen Sie es kurz und knackig manchmal. Nicht zu kompliziert. Junge Leute wissen ganz wenig. Erklären Sie was. Machen Sie mal eine Schleife. Sie müssen nicht alles erzählen. Es gibt Fehler, Lücken und Leerstellen. Das können Sie eigentlich letztendlich haben. Es gibt eine intensive Lernerfahrung, wenn Sie in die Schule kommen. Da seien Sie gewiss. Es gibt ganz viel kreatives Potenzial. Die Frage auch, wenn Sie aus einem Zeitzeugengespräch kommen, warum soll der Kunstlehrer so etwas nicht aufnehmen? Eine Video-AG oder ein Fotoprojekt. Und Sie initiieren hier schlüsselhafte Lernerlebnisse. Und das bekommen Sie manchmal vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre erst wieder zurück, dass Sie jemanden fragt, waren Sie nicht der, der da mal das und das gemacht hat? Zwei letzte Folien. Eine letzte Folie. Den Zeitzeugen letztendlich nicht aus dem Blick geraten. Also, Lehrerinnen und Lehrer werden in der Ausbildung eigentlich nur darauf getrimmt, Unterricht zu machen. Und wir haben besprochen, normal muss diese Zeitzeugenkonferenz im Grunde genommen eine weitere Fortsetzung finden, nämlich mit Zeitzeugen und Lehrern oder mit Referendaren. Und die dritte Stufe wäre dann mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern, um das Ganze weiterzutragen. Das ist mein Plädoyer hier heute auch, wirklich sich zu überlegen, auch vielleicht mit den Bundesländern so eine Zeitzeugenkonferenz zu öffnen und zu gucken, letztendlich kann man das mit interessierten Lehrerinnen und Lehrern auch noch weitermachen. Herzlichen Dank. Es waren 33 Minuten, die ich geredet habe. Ich stehe Ihnen den ganzen Tag für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.